Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Phil's iPhone Blog. Im heutigen Video geht es mal um eine andere Art von Jailbreak Tweak. Mit diesem könnt ihr nämlich euren Konsolencontroller zum Zocken auf dem iPhone, iPad oder iPod Touch hernehmen. Alles was ihr dazu benötigt ist ein Playstation 3 oder Playstation 4 Controller, ein gejailbreaktes iDevice auf iOS 7 und das Jailbreak Tweak Controllers for All. Wenn ihr einen PS3 Controller habt, verbindet diesen mit eurem PC oder mit eurem Mac und natürlich auch das iPhone, iPad oder den iPod Touch. Um beide Geräte dauerhaft miteinander zu verbinden, braucht ihr noch das Programm 6Pair. Ich werde euch den Download-Link unten in die Videobeschreibung stellen und wenn ihr beide Geräte angeschlossen habt, seht ihr im Programm schon, dass beide Geräte erkannt wurden und dann müsst ihr nur noch Pair Controllers to iPad oder in eurem Fall vielleicht iPhone oder iPod Touch klicken und das war es dann auch schon wieder. Dann könnt ihr die Geräte wieder abstecken, sie sind miteinander verbunden bzw. kennen sich und können sich dann verbinden. Und wenn wir jetzt einmal ein Spiel starten, ich wähle dazu GTA San Andreas aus, kommt oben eine kleine Push-Meldung, wo steht Searching for PS3 Controllers, ich zeige euch das mal von der Nähe, Searching for PS3 Controller, press Playstation Button. So, ich werde jetzt einfach mal den Playstation-Button, also den Button in der Mitte mit dem Playstation-Logo drücken und dann sollte sich der Controller auch schon mit dem iPad verbinden. Wir klicken jetzt einmal drauf und schon kommt die nächste Push-Meldung, ich werde euch diese nochmal zeigen. Connected to a PS3 Controller, also euer Playstation 3 Controller ist nur mit dem iPad verbunden und ihr könnt ihn zum Zocken mit eurem MiFi-kompatiblen Spiel benutzen. Ich starte das Spiel jetzt einmal und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie lagfrei oder vielleicht auch wie verzögert das Ganze vonstatten geht. Nachdem ich den Ladevorgang und das Intro mal übersprungen habe, sind wir nun im Spiel angelangt und wie ihr sehen könnt, das Ganze reagiert sehr schnell und wir wählen hier einmal analog aus, damit wir auch mit dem Playstation 3 Controller schön mit den Joysticks zocken können und dann fahren wir mal ein bisschen mit dem Fahrrad rum, also das Ganze reagiert wirklich einwandfrei, also ich sehe hier keine Verzögerung, das Ganze macht richtig viel Spaß schon mal von Anfang an, also sehr empfehlenswert. Ich bin gerade selbst erstaunt, wie gut das funktioniert, also Respekt an den Entwickler, also wirklich gut gemacht. Und während ich hier noch ein bisschen vor mich hinspiele, möchte ich euch noch kurz was zum Playstation 4 Controller erzählen. Seit der neuesten Version von Controllers for All wurde dieser unterstützt und ihr müsst den Playstation 4 Controller nicht mit dem Mac oder mit dem PC verbinden, denn ihr könnt das Ganze über das Tweak selbst, also in den Einstellungen etwas weiter unten bei Controllers for All selbst initialisieren, den Controller einmalig mit dem iDevice bekannt machen und der restliche Vorgang funktioniert wie beim PS3 Controller, also einfach einmal auf den Playstation Button drücken, wenn ihr das Spiel gestartet habt und schon verbindet sich der Controller mit dem iDevice. Und zum Schluss möchte ich euch noch kurz zeigen, wo ihr das Jailbreak Tweak herbekommt, natürlich aus Südia und es wird auf der ModMyEye Repo gehostet und ihr könnt das Ganze für einen Preis von 1,99 Dollar, also umgerechnet ungefähr 1,50 Euro erwerben. Wie ihr seht, sind in der Tweak Beschreibung noch einige nützliche Informationen, was sich alles geändert hat von Version zu Version, welche Controller auf dem neuesten Stand supported werden und zum Schluss noch ein kleines Demo-Video, wie ihr euren Controller mit dem iPad, iPhone oder mit dem iPod Touch verbinden könnt. Und das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit diesem Tweak. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hinterlasst mir einen Kommentar, wie ihr das Ganze findet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.